Mi, 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 das Spiel ist so schwer, es ist wie Dark Souls, oh man, ich rage so stark bei diesem Spiel, es macht mich fertig. Na, von welchem Spiel rede ich? Warte, ich hab selber den Namen vergessen, einen Moment, wie heißt das denn richtig? Ja, Getting Over It, ja, ha, sagt's euch was? Das haben hier und dort Streamer und YouTuber gespielt und waren mit ihren Nerven am Ende, aber ich weiß nicht, es ist wirklich so schwer? Das finde ich heute raus und ich hab gesehen, es gibt einen Speedrun, der nur vier Minuten geht. So schwer kann das Spiel ja dann auch nicht sein, oder? Deswegen hab ich mir jetzt einen Timer gestellt, okay, der ist jetzt gespiegelt, aber es ist eine 20. Ähm, ich würd 20 Minuten dieses Spiel spielen und gucken, wie weit ich komme, okay? Ah, zuerst muss ich's noch entpacken, einen Moment. Ah, jetzt ist's fertig. Da sind wir. Wir sind irgendein nackter Typ, der in einem Kessel sitzt und, ähm, einen Hammer hat, mit dem er sich fortbewegen kann. Wow, das fühlt sich aber super strange ein. Einen Moment, einen Moment, das zählt noch nicht, das zählt noch nicht. So, plums, und jetzt starte ich den Timer und wir schauen mal, wie weit ich komme, nicht wahr? Let's go. Start. 20 Minuten. Vielleicht spielen wir das Spiel heute durch. Okay, erstmal die Steuerung kennenlernen, alles klar. Okay, hier können wir nicht durch, hier müssen wir uns jetzt langsam von Ass zu Ass bewegen. Oh mein Gott, was? Okay, in diese... Ach du Scheiße, Mann. Aha, aha, ich schieb mich jetzt langsam hoch. Langsam hoch, langsam hoch, langsam hoch, langsam hoch. Und jetzt muss ich eine, ein 360 machen. Na, wenn das nicht krass war, oder? Wie viele sind an diesem Baum verzweifelt, ne? Bestimmt tausende. Okay, einfach so kreiselnde Bewegungen. Einfach kreiselnde Bewegungen. So. Warte mal, wie soll das... Okay, okay. Es gibt keine Gefühle mehr intenser, als zu starten. Oh. 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 Habt ihr diesen Sprung gesehen? Das hat mich nur 5 Minuten gekostet, um das hier hinzubekommen. Heilige Scheiße. Okay. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Jetzt bloß keinen Fehler machen. So. Und. Nein. Okay. Es ist noch okay, ey. Manchmal passieren Fehler, aber es ist jetzt... Es ist machbar. Es ist super machbar, Mann. So. Und... Mist, 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 Mist. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wie? Pass auf. Nein, 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 nein. Nein. Gegen, gegenhauen, gegenhauen. Und jetzt müssen wir so einen kleinen... Netten Jump machen. Cool. Du kommst da aber nicht durch, nicht wahr? So. Das ist jetzt die Frage. Wie machen wir es? Ach so. Pass auf. Wir machen es einfach super langsam. Wir machen es einfach super langsam. So sieht es aus. Oh. 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 Shit. Shit. Lass dich nicht fertig machen. Es ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. So, pass auf. Ich habe hier schon so einen kleinen Trick herausgefunden. Und zwar nutzt man hier am besten... Könntest du jetzt bitte... Oh mein Gott. Ich zeige euch gleich den Trick. Wenn ich ihn... Warte mal. Warte mal. Jetzt muss ich... Einen Moment. So. Geh doch runter. Verdammt nochmal. Was ist dein verdammtes Problem, du Freak? Okay. Alles gut. Alles gut. Aha. Siehst du? Jetzt muss ich nur... Ganz simpel. Ganz simpel. Ganz langsam. Ganz langsam. Wir nehmen aber Anschwung. Oh. Yes. Dieser Baum ist ein bisschen tricky. Oh mein Gott. Ja. Das war ein B-Games, das in 2002 kam. Aha. Sexy Hiking. Interessant. B-B-Games sind ruffe Assemblages von Objekten. Aha. Könntest du die Schnauze halten? Ich muss mich konzentrieren. Ohohohoho. Habt ihr das gesehen? Oh, sehr schön. Sehr... Ha, 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 ha. Oh. Oh. Alles gut. Wir haben noch 14 Minuten. Ha. Oh. 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 Bitte. 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 Er stößt. Oh. Oh. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Okay. Das Schlimmste sind wirklich die Kommentare, die da noch dazukommen von unserem Freund und Kollegen dort, dem Spielentwickler anscheinend. Ja, schön, schön, schön. Okay. Okay. Gut. Ich versuche es immer abzukürzen ein wenig. Ich versuche schon hier die Tricks herauszufinden, aber die, ähm, helfen nicht wirklich. Die, die helfen nicht wirklich. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Wir machen es wieder auf die sanfte Tour. Da, ne, ne, ne. Komm. Hoch, hoch, hoch. Schön. Und, und, saldig, saldig. Hör auf damit. Hör auf damit. Vielleicht ein bisschen mehr Schwung. Pass auf. Ich nehme ein bisschen mehr Schwung. Yes. Ah, guck mal, das. Ich verstehe langsam die Mechanik. So langsam. Ein Moment. Super. Jetzt kommt das fiese, miese Haus. Pass auf, pass auf, pass auf. Hier machen es wir auch. Schön langsam. Schön langsam. Schön langsam. Nicht das Haus. Alles gut, alles gut. Pass auf. Und jetzt? Und jetzt machen wir... Uff, 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 uff. Das ist gemeint. Das ist gemeint. Du kannst dich dort nicht festhalten, was? Das ist dämlich aus. Okay, und fallen lassen, und fallen lassen. Jetzt machen wir den... Jetzt machen wir einen Sprung in den Fortschritt. Shit. Okay, das war kein Sprung in den Fortschritt. So, das sieht aber eher aus wie ein Sprung in den Fortschritt. Aha, aha, aha. 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 Aha, aha. 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 Ha. Yes. Oh mein... Ruhig, 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 ruhig. Ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Okay. Da haben wir es. Da haben wir es. Es geht voran. Es geht voran. Ich mache nicht nur einen Schritt nach vorne, sondern Millionen. Ja, 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 ja. Mhm. Interessant. Bitte rede weiter. Bitte rede weiter. Klar. Ja, 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 ja. Ja. Jetzt muss ich dieses Momentum behalten und über das Rohr rüber. Über das Rohr rüber. Über das... Nicht paniken. Keine Panik, weißt du? Keine Panik. Du darfst nicht anfangen, plötzlich wild deinen Hammer zu schwingen oder sowas, sondern ganz, ganz sachte, ganz sachte, ganz sachte, pass auf, vielleicht schaffen wir es sogar so voranzukommen. Oh, ich sehe, ich habe schon, ich habe wenigstens gesehen, wie es weitergeht, okay? Also was auf uns zukommt, das zählt auch schon. Also das, was wir gesehen haben, ist der Fortschritt, okay? Danke, Zweig, dass du mich gerettet hast. Hei, 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 hei. Und... Chup! Okay. Oh, 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 oh! So, er hat zu Ende geredet. So, ich drück auf Fortsetzen. Das zählt nicht. Ich will nicht weiterspielen, während er redet. So, fünf Minuten haben wir noch. Fünf verdammte, wunderschöne Minuten haben wir noch. Und wir haben hier so gut wie keine Möglichkeit, runterzufallen. Wir sind geschützt. Yes, das ist wie ein Checkpoint. Diese Technik ist hier ziemlich wichtig, habe ich das Gefühl. Ha? Dieses Wegstoßen. Oh, hei, 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 hei. Ei, ei. Okay, okay, wir sind safe, wir sind safe. Egal, was jetzt passiert, wir können nicht mehr runterfallen. Wir sind geschützt von diesen verdammten Steinen. Oder? Oh, 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 oh. Das sieht gefährlich aus da oben links, dieser Stein. Der könnte alles ruinieren, was ich erreicht habe. Alles gut, alles gut, das ist gut. Yes, okay. Uh, das ist ein sehr cooler Sound. Was zum Teufel? Oh. Okay. Oh, der kann sich nicht so gut festhalten, da merke ich schon. Der kann sich nicht so gut festhalten, merke ich schon, okay. Langsam, aber sicher. Ich meine, hast du keine Beine? Ich frag nur, ich frag nur. Ich möchte einfach nur die Story wissen, warum du in diesem scheiß Kessel sitzt. Alles klar, hört ihm jemand zu? Hört ihm eigentlich jemand zu? Oh, warte mal, noch zwei Minuten haben wir, noch zwei verdammte Minuten. Okay, let's go, let's go, let's go. Komm, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh, das ist gut, das sieht gut aus. Ha, nein, nein, nicht paniken. Keine Panik, lass die Maus am besten los, wenn irgendwas passiert, okay. Und renn aus dem Zimmer, bevor du wild um dich schlägst und wieder am Anfang landest. Oh, 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 oh. Oh, hi, hü, hü, panik. Hör auf damit, nimm, hör auf damit, hör auf damit. Wir sind so weit gekommen, okay. Okay, du kannst das jetzt, du darfst das jetzt nicht ruinieren, pass auf. Ich muss immer in die entgegengesetzte Richtung schlagen, merke ich gerade. Immer weg vom Felsen und dann läuft das schon. Hier, pass auf, und. Ah, nee, das ist nicht genug Schwung. Oh, das ist unmöglich. Okay, okay, nicht paniken, nicht paniken. Was habe ich denn gerade gesagt, Mann? Aber ich habe keine Lust, aus dem Zimmer zu rennen. Okay. Yes. Das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus, nur verstehe ich das hier nicht. Kann ich mich an den Lampen festhalten? Ich hoffe, ich kann mich an den Lampen festhalten. Yes, das geht. Hoch, hoch, nein. Nein. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig. Sehr schön, das sieht gut aus, das sieht wunderbar aus. Komm schon, diesen Abschnitt nur noch schaffen, diesen Abschnitt nur noch schaffen. Komm her. Komm her. Ja. 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 Nein. Noch 22 Sekunden. Komm schon, das schaffen wir, oder? Pum. Pum. Huh. Yes. Hier. Ja, halt dich fest. Halt dich doch fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Oh mein Gott. Nein. 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 20 Minuten sind um. Okay. Getting over it. Kann ich nur wirklich empfehlen. Mach aus. Mach aus.